Hallo liebe Fußballfreunde, Thema SV Elversberg 3. Liga 2022-2023 16 Spieltag Bayreuth gegen SV Elversberg Entgibnis 0 zu 1 Startelf Bayreuth Colby Heinrich Moos Weber Gütz Kentermatt Trich Stickener La Ter Lollinberg Georg K Startelf SV Elversberg Christoph Flauerch Prisch Whisky Korea Neubauer Sahin Jakobsen Feil Richelt Waldemar Waldemar See Coffee Das war's von Bayreuth gegen SV Elversberg 22 Uhr 23 22 Uhr 33 Vielen Dank.